So, jetzt ist halb acht und jetzt geht es Richtung Christusstatue. So, mein Ticket habe ich jetzt. Dahinter stehen die Vans, mit denen ich hochfahre. Und laufen darf man nicht mehr, weil da anscheinend zu viele Leute überfallen worden sind. Das ist zur Zeit gesperrt. Also, los geht's. Hallo Leute, willkommen in Rio de Janeiro. Das ist der beste Tag für heute und der ganzen Tag in Rio. Musik So, oben angekommen und wir bläge Scheinbraten im Raum. Gebt euch mal das. Musik 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 Und da unten seht ihr wieder den Zuckerhut. Und da unten ist wieder der See. Und hier sieht man es noch besser. Das ist der See wo ich letztens war. Der ist Ipanema und Leblanc. Und da drüben ist Coba Gabana. Und da vorne, was jeder eigentlich kennen sollte, ist das Maracaná Stadion. Musik Das heißt übrigens Corko Wato. Und das heißt übrigens Corko Wato. Und das war es auch schon wieder. Jetzt geht es hier wieder runter mit dem Van hier. Sollen die Autos hier mal herkommen, dann geht auf jeden Fall morgen zum Haft. Das hat mir einer aus dem Hostel gesagt. Weil sonst wären die Schlangen so lang. Und jetzt zwei Stunden später sieht man es. Also die stehen schon ziemlich lang an und ich müsste wirklich nirgends anstehen. Und jetzt schaut mal, jetzt bin ich einiges tiefer. Aber hier ist auch noch eine richtig gute Aussicht. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.